Die Rundenzeit werde ich dann die Zeit kalkulieren, wie viele Runden, dass wir schon fahren haben. Und dann werde ich die Runden auf der linken Seite, wo jetzt der Doppel-Nuller steht, die Runden noch anzeigen. Die ÖM im Short-Track mit dabei mit der Startnummer 2, Franz Josef Lesser vom Giant Schadeck. Und jetzt geht's los, ebenso Jakob Riener und Theo Hauser. Applaus 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 Auf geht's, auf geht's! Auf geht's, Kili! Auf geht's! Die Premiere hier bei uns in Stadeck und in Nummer 10 wird österreichischer Meister. Das ist Kili und Feuerstein vor dem Theo. Bravo, Theo! Wir haben am besten eingeteilt ein sensationeller Sprinterflug für Kili und Feuerstein. Unter zwei Minuten gefahren in der letzten Runde, Kili und Feuerstein. Julio Schierer. Bravo! Unser Theo Hauser. Der erste und neue österreichische Meister kommt aus Vorarlberg, aus Dornbirn vom Zweirad Egger. Sein Name, Kili und Feuerstein. Jetzt bitte die österreichische Hymne einspielen. Ja. Herzlichen Dank. Singen muss jemand in der österreichischen Meisterschaft. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Also, wir können uns ja, du kennst. Ich bin jetzt auf den Jupp. Also? Die meisten, die Hymne brauchen. Ich bin jetzt auf den Respekt. Das rufe, der Fragen auf sich. Ich kann es nicht sagen. Das rufe, der es nicht sagen.